Ja, ich muss dringend gucken, wo ich wieder mehr Holz herkriege. Wahrscheinlich hier unten in dem Territorium, welches ich dann eingenommen habe. Und ja, Weizen kommt gut rein jetzt. Holz, wie gesagt. Ein paar Schwerter haben wir ja jetzt mittlerweile. Ah, 4-1 möchten wir. Okay. Sagt Moriana, die den Außenposten erholen wird? Gut. Was fehlt denn jetzt doch alles? Nicht mehr viel. Ja, da haben wir Waffen, um... ...Torppen auszurüsten. Dann werden wir erstmal hier hervorpreschen und wenn wir merken, dass... Wobei, wir werden den Sektor befestigen einfach. Das ist das Sicherste. So. So, dann bauen wir die beiden auch mal aus. Und die beiden... Dracorian hat wieder einen Außenposten erhobert. Okay, sie ziehen die Schlinge um, Dracorian gewaltig zu. So? 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 So, Kaserne wird errichtet. Wir haben jetzt Bärzegel geträumt. Und Waffen hoffe ich mal, ja. Für sieben und vier. Nahrungsproblem haben wir halt gerade. Bisschen. So, Kaserne ist fertig. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier eine kleine Umherum. So, dann erstmal das. Gebäudeausbau fertiggestellt. Wie gesagt, dem Sektor dann wieder Holzproduktion ein bisschen anwerfen. Ja, dem Sektor werden wir doch Räder produzieren müssen für Kanoniere. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Gucken wir mal kurz hier. Für Räder brauchen wir Eisen und Holz. Das ist das, was wir brauchen. Schon eine starke Holzwirtschaft. Also bleibt es über lange oder kurz nichts. Also es ist übrig, als den Sektor da auch reinzunehmen. So, als nächstes Mal Lager ausbauen. Dann decken wir uns ganz auf eine Sektor SUcken. ONE M VERANOOS Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Für einen Stand Datenträger. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, machen wir ja. Hier doch, der Trägungsplatz ist was größer und Bau... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Hm. Die Kaserne gleich raus, wollte ich gerade eigentlich sagen. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne erstmal das Ding hier. Also erst das, dann das, dann das wieder. Die Zeit muss ich mir nehmen. Naja, man merkt, Aquaria wird ein bisschen zurückgedrängt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich hätte eigentlich gerne erst die Ballistik noch. Dafür müssen wir jetzt dann doch mal langsam die Buchmacherei anwerfen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wie gesagt, das Gute ist gerade, dass Kondradin sich mit Dracurion rumbrügelt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das heißt, ich verstärke jetzt noch ein bisschen Ballistik erforscht wurde, meine Armee noch etwas. Und jetzt kommt wirklich wieder gut nach Ukraine. Da haben wir noch zwei Gebäude zum Ausbauen. Exzellent. Er hat eine neue Technologie erforscht. Da können wir uns ja jetzt ansehen, was, wie es so bei Baldurus und Kondradin aussieht. Ja, also bis jetzt haben sie nur schwache Armee, die beiden. So, wie es so aussieht, versucht, Dracurion gerade in die Höhe und in die Affen zu gehen. Sehr schön. Logistik sagt, dass ein bisschen was fehlt. So, Buchbinderei. Wir haben uns noch nie angesehen, wie ein Buch gebunden wird, oder? Ja, es wird perforiert, zusammengelegt und dann gut gepresst. Und dann haben wir ihn. Sehr schön. Aber, äh, was sagen meine Bergwerke hier? Die sagen, ich stelle sie auch mal auf Geologie um. Und weil ich den Sektor eingenommen habe, sollte ich dringend auch den Steinsektor einnehmen, damit wir wieder an Stein kommen. Ach, die Steine sind hier oben. Ja, für viel mehr ist der Sektor leider nicht wert. So, Ballistiker forschen, dann sehen wir den Sektor ein. Das Gute an der Mission ist, dass wir uns noch etwas Zeit lassen können. So, Ballistiker forschen, dann sehen wir den Sektor. So, das heißt, als nächstes bauen wir dich mal aus. Komm, bis die Forschung fertig ist, noch zwei Muskeltiere. Waffen haben wir ja genug dafür. Dann kannst du auch mal nach Bedarf arbeiten, am Anfang nach Bedarf zu arbeiten. Ja, und den bauen wir mal komplett aus. Und vielleicht noch hier so unterwegs ein Lager, ein Zwischenlager, dass die Wege nicht ganz so weit sind. Da geht's! Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. So, sehr schön. Badistic ist da. Das heißt jetzt 5, 2 und dann noch ein hiervon. Ja, Bücher werden jetzt schön gedruckt. Weil du brauchst wirklich nur Papier. Wir brauchen dringend nichts. Ein weiterer Siegpunkt. Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender Rivale zu werden. Weiter so. Wie schön. Ey! Untertitelung. BR 2018